Die Königin und der Waldmann Die Geschichte des königlichen Herren Malanka ist die Liebesgeschichte zwischen einem Häuptling der Lavastämme und einer bezaubernd schönen fürstlichen Frau, der Tochter des Herrn des Komreihes. Diese Geschichte entstand im Gebiet der Millionenreichsfelder und wurde dort von Mund zu Mund forterzählt bis heute. Hier ist sie. Es war einmal vor ungefähr tausend Jahren, da hatte der göttliche Einsiedler Pra Basutep eine Stadt erschaffen. Als sie vor ihm lag, hatte er niemanden, der seine Zauberstadt regieren konnte. So kam es, dass er seinem Diener Kavya befahl, in das Reich der Kom zu wandern und Prinzessin Jamtewi, die göttliche Tochter des Königs von Lopparad, einzuladen, die neue Stadt zu regieren. Prinzessin Jamtewi besaß bereits einen königlichen Gatten, doch der war hinausgezogen in den Wald, um als Einsiedler zu leben. Jamtewi war allein zurückgeblieben und sie war seit drei Monaten schwanger. Kavya, der Diener, überbrachte dem König der Stadt Lopparad das Gebot der heiligen Basutep und der König befahl seiner Tochter Jamtewi, dem Einlieder zu gehorchen und die Herrschaft über die neue Stadt anzutreten. Die Prinzessin ordnete ihr Gefolge, die königlichen Lehrer, die Mönche und die Reichen, die Bürger und die verschiedenen Handwerker, zusammen von jeder Gruppe 500. So zogen sie auf dem Wegen des Wassers etwa sieben Monate lang durch das Land, bis sie zu der Stadt kamen, die jene Einsiedler erschaffen. Der Heilige und die Bürger luden die Fürste nun ein, die königlichen Schätze zu verwalten und auf dem goldenen Thronsessel zu sitzen, denn sie sollte Königin sein. Die Stadt nannten sie Haripunchai. Als Jamtewi kaum Königin geworden war, schenkte sie Zwillingen in das Leben. Der Erstgeborene erhielt den Namen Prinz Mahatoya, der Höchstgroße. Der Nachgeborene sollte Prinz Anantoyot heißen, der Endlos Höchste. Zu jener Zeit gab es am Fuße des Berges Kam eine Siedlung des Lava-Volkes, deren Häuptling der königliche Herr Malanka war. Dieser Fürst der Lava hatte erfahren, dass die Königin in der neuen Stadt Jamtewi so überaus schön sein sollte. Da verliebte er sich in sie und träumte nur noch von einem, wie er mit ihr als seiner Gefährtin auf gemeinsamen Kissen ruhen könnte. Daher veranlasste er einen seiner Getreuen, mit 500 Gefolgsleuten sich zur Stadt aufzumachen und der Königin Jamtewi seine Botschaft und königliche Geschenke zu überbringen. Der Gesandte der Lava warf sich vor der Königin zu Boden und betete sie an. Dann überreichte er die Geschenke seines Herrn Malanka. Die Könige nahm die Botschaft entgegen und zog sich zurück, um sie zu lesen. Die Botschaft aber lautete so. Ich, der königliche Herr Malanka, bin der Häuptling der Lava und der größte Fürst in diesem Gebiet. So ist es seit alten Zeiten geblieben. Ich möchte freundschaftliche Beziehungen anknüpfen zu der neuen Königin Jamtewi, die so lieblich und schön. Wir beide, die Königin und ich, sind umgebunden. Wir besitzen beide weder Gatten noch Gattin. Wenn die Königin also will, dass die Freundschaft zwischen uns und diesem Reich dauerhaft sei, so möge sie einwilligen in die Ehe. Dann wäre unser weiter Hoheitsgebiet ein einziges Land. Die Entscheidung der Königin, wie sie auch sei, ich bin bereit zu hören. Als Jamtewi diese Botschaft gelesen hatte, fragte sie den Gesandten, sprich, wie sieht dein Herr aus? Der Getreue sprach, O Königin, unser Herr sieht genauso aus wie alle. Jamtewi betrachtete nun die Lava-Männer der Gesandtschaft genau, einen nach dem anderen, und erkannte, dass sie alle wenig anziehend aussahen. Ihre Hautfarbe war fast schwarz, ihre Lippen dick und ihre Gestalt kurz und gedrungen. Der Königinherz zog sich zusammen vor Widerwillen, und sie sprach, Wenn euer Herr so aussieht wie ihr, so ist es gar wenig hübsch. Ich kann ihn nicht lieben, richtet ihm aus. Mit diesen Worten kehrte ihn die Königin den Rücken. Die Lava zogen sich zurück und erbrachten ihrem Herren die enttäuschende Nachricht. Als er die hochmütigen Worte der Königin vernahm, überkam ihm die Wut. Er stampfte mit den Füßen auf und rief, Sie hat richtig gesehen, wir Lava sind weder hübsch noch schön. Daher werden wir unser Herr zusammenziehen und kämpfen. Nach dem Sieg wird ihr Körper uns gehören. So eilt denn meine Getreuen und trammelt die Krieger zusammen. Wir wollen unsere ganze Streitmacht gegen Haripunshai führen und die Stadt schlagen. Der königliche Herr Malanka sammelte sein Heer und rückte gegen Haripunshai von Norden und Westen vor, um es zu umzingeln. Das riesige Heer der Lava überschwemmte die Reisfelder im weiten Umkreis und sie sandten ihre Schlachtgebrüll tösend hinauf gen Himmel. Als sie die in der Stadt Haripunshai das hörten, sank ihnen der Mut, denn das Heer der Lava war unermesslich groß und die Krieger von überschaumender Kraft und Stärke. Jamtewi hatte dagegen gerade erst ihre Stadt gegründet und ihre Kämpfe waren noch wenig geübt. Sie musste also über den Ausweg nachdenken. Während sie noch grübelte, kam ein Herold der Lava mit einer Botschaft seines Häuptlings an die Bürger der Stadt Lampun. Diese Botschaft übergab der Herold der Königin. Darin hieß es, Wenn du, Heerin, nicht willst, dass ein Krieg entsteht, so füge dich und willige ein, die Gattin des Fürsten der Lava-Volkes zu werden. Wenn nicht, dann werden wir die Stadt Haripunshai zertrampeln, dass sie eben wird wie die Gesichter einer Trommel. Jamtewi hörte die Botschaft mit wachsender Furcht. Sie konnte nicht einwilligen, die Gattin jenes Lava-Häuptlings zu werden, war sie doch niemand geringeres, als die edle Tochter des Kom-Königs. Er aber nur ein gemeiner Waldmensch. Aber wenn sie darin dachte zu kämpfen, fürchtete sie sich von der Niederlage. Dann wäre ihr Starrsinn die Quelle von Kummer und Elend der Bürger und Mönche geworden. Es gab nur einen Ausweg. Den Sieg über den königlichen Herrn Malanka musste sie durch eine List erringen. Also sprach sie, Geh und erzähle deinem König Malanka, wenn er wirklich nichts als wahre Freundschaft mit uns ersehnt, so bin ich einverstanden, mich mit ihm zu verbinden. Nur eines will ich zu verprüfen, seine Kraft. Darum bitte ich den königlichen Herren, auf die Spitze des Berges Suthep zu steigen und von dort sein Wurfmesser herabzuschleudern, dass es mitten in der Stadt Haripunshai niederfalle. Sobald das Messer in der Stadt niedergefallen ist, will ich unverzüglich seine Gattin werden. Als Malanka das Gebot der Königen vernahm, frohlockte er, denn er kannte ein Zaubergebet von großer Macht, das ihm unermessliche Kräfte schenken würde. Geschwind erklomme mit seinen Getreuen den Berg Suthep. In der Ferne sahen sie die Stadt Haripunshai schimmern. Der Herr der Lavastämme erhob beide Hände und legte sich auf das Herz. So sprach er die Zauberbeschwörung. Als er fertig war, zog er das Wurfmesser, erhob es in der Hand und schleuderte es mit äußerster Kraft zu Tal. Laut Zischen durchteilte das Messer die Luft und fiel zu Boden, westlich von der Stadt, in etwa vier bis fünf Pfaden Entfernung. Die Bürger von Haripunshai verwunderten sich sehr und wollten es schier nicht glauben, als sie es mit eigenen Augen sahen. Jamtewi erschrak, denn sie hatte nicht träumen gelassen, dass der König hierher solche Kräfte besaß und sein Messer schon beim ersten Wurf bis zur Stadtgrenze schleudern würde. Wenn er zum zweiten Mal werfen würde, müsste sie gewiss die Gattin des Herrn der Lava werden, dieses riesenstarken Mannes. Sie befragte einen Höfling. Hey du, warum hat der königliche Herr solche Kraft? Der Höfling entgegnete, Malanka besitzt einen Zauber von großer Macht, o Herren. Wenn dem so ist, dann müssen wir versuchen, jenen Zauber zu brechen. Die Königin dachte nach, ging in ihren Palast, nahm ihren Innige Wand und zerteilte das Tuch. Sie nähte daraus eine Kopfbinde und gab es einem Bot hin, der sie dem königlichen Herrn überbringen sollte. Voll Freude nahm Malanka das Geschenk an und dachte, die Königin beginnt, mir ihre Huld zuzuwenden. Er nahm das Tuch und legte es sich ums Haupt. Dann stieg er auf die Spitze des Berges Zutep, um ein weiteres Wurfmesser zu schleudern. Zum zweiten Mal sprach der Herr der Lava die Beschwörung und schleuderte das Messer mit aller Kraft hinab. Aber der Zauber hatte seine Macht verloren. Jene Kopfbinde aus dem Frauentuch hatte den Zauber gelöst. Das Messer segelte durch die Luft und sank am Fuße des Berges kraftlos zur Erde. Der Fürst des Lava-Volkes sah es und erschrak. Er rief aus verwundertem Herzen, »Nie zuvor pflegte meine Kraft, so gering zu sein. Was ist der Grund dieser Schlaffheit?« »Vielleicht kommt das von dem Kopftuch, o Herr«, sprach einer der Krieger. Der Herr des Lava-Volkes ergriff sogleich das Tuch und wickelte es auseinander. Da sah er, dass es ein Teil eines weiblichen Innengewandes war. Heftiger Zorn ergriff ihn und er warf das Tuch weit fort. Mit dem Fuß stampfte er auf und rief, »Ich bin einer List zum Opfer gefallen. Wenn ich jetzt mein Herr nehme und die Stadt erobere, wird man sagen, ich habe mein Wort nicht gehalten. Das darf nicht sein. Darum gebe ich mich besser geschlagen. Meine Dummheit selbst ist Schuld an der Niederlage.« Der Herrscher der Lava führte seine Krieger zurück in sein Reich. Nicht lange danach befiel ihm eine Krankheit. Die ganze Zeit, die er im Entkrämpfen im Dunkeln lag, dachte er nur an die Königin und an die Liebe, die er für sie empfand. Seine Herzensschmerzen wuchsen und bald war das Ende seines Lebens da. Kurz bevor er starb, befahl er, seinen Leichnam auf dem Berg zu begraben, dass er immer da die Stadt Lampun beschauen könnte. Denn sein Geist würde seine Ruhe finden, wenn er nicht die Stadt der Frau sähe, die er liebte. So sprach er seinen letzten Befehl. Dann sack er tot aufs Lager. Seine Getreuen erfüllten ihm seinen Wunsch und brachten seinen Leichnam auf den Berg Suthep. Dort würde er begraben an einer Stelle, von wo er die Stadt Haripunschai stets vor sich haben würde. So erfüllte sich sein Befehl. Wo das Wurfmesser niedergefallen war, am Rande von Lampun hatte sich ein tiefer Trichter gebildet, der bis heute den Namen Messerloch trägt. Die Tat des Häuptlings, der Lava, trug die Stadt Haripunschai einen zweiten Namen ein, nämlich Lava Pung, von dem Lava erschleudert. Daraus bildete sich schließlich der heutige Name Lampun. Es ist also in Wirklichkeit ein Gedenkname für die Liebe des Lava-Fürsten zu der Königin. Als Jamtevi von dem Tod des Herren der Lava erfuhr, ließ sie in der Stadt, im westlichen Bezirk, einen Teich graben, den sie den Teich von Jamtevi benannte. Dort ließ sie ein Denkmal errichten, das Messermal genannt. In einer Höhlung dieses Denkmals legte sie jenes heilige Wurfmesser. Bis heute stehen in der Stadt Lampun Reste dieses Denkmals.